Hallo liebe Menschheit. Ich heiße Alexander und ganz frisch komme ich jetzt vom Feuerlauf hier und heute in Markleberg in Leipzig und ich brenne noch von der Erfahrung die ich gemacht habe und das ist ein Geschenk das zu erfahren, also mich selbst erfahren, die Zweifel loszulassen, die Clou zu laufen, zu vertrauen dass alles gut ist und das Nachglühen zu genießen, das ist ein Geschenk, was ich jedem wünsche. Ja und es ist eine wertvolle Erfahrung fürs Leben prinzipiell, die Zweifel einfach mal loszulassen und durchzugehen. Ja, das ist meine Botschaft. Aho!